eine lange geschichte kennt vielerlei wendungen große ereignisse dramatische momente und überraschende entwicklungen seit 1882 dem gründungsjahr der sparkasse imst hat jedoch eines bestand das bekenntnis zu unserer heimat im großen und im kleinen war und ist die sparkasse imst ein teil dieser regionalen geschichte damals wie heute prägt verantwortung unser wirken seit der gründung der ersten filiale in landeck 1969 hat die sparkasse imst ihr filialnetz kontinuierlich erweitert mit dem ziel noch näher bei den menschen zu sein wir tragen verantwortung für die menschen und die wirtschaft in den bezirken imst und landeck für uns ist es ein privileg in einer solch gesegneten region zu leben und zu arbeiten als größte regionalbank des tiroler oberlandes übernehmen wir verantwortung für unser umfeld denn unsere kunden aber auch unsere mitarbeiter sind hier zu hause sie alle wissen wofür wir stehen für werte und prinzipien wir kümmern uns persönlich um ihre anliegen und treffen entscheidungen vor ort wir stärken die lokale wirtschaft und geben der gemeinschaft etwas zurück was wir tun das machen wir mit engagement schließlich geht es um das wichtigste ihre ziele wünsche und träume in einer mit schönheit gesegneten region seit generationen ein starker partner die sparkasse imst die die Vielen Dank.